Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Algorithmen und Graphen und in diesem Fall Graphen, nicht nur generell Datenstrukturen. Und zwar wollen wir heute natürlich Gruskal implementieren in Python. Ja, Gruskal hat mir letztes Video geklärt, was der genau tut und warum er das tut. Der baut ein Minimum Spanning Tree, um euch möglichst effizient Strommasten zu verteilen, zum Beispiel. Und dieser Algorithmus ist wunderbar, allerdings gar nicht so ohne zum Implementieren, weil man ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken muss. Und ja, der besteht aus ein paar Schichten, wie wir auch gleich sehen werden. So, Gruskal. Ja, Gruskal. Okay, was wir brauchen ist eigentlich gar nichts, weil wir haben ja schon den Graphen. Das ist hier im Endeffekt der Graph, den wir jetzt schon die ganze Zeit verwendet haben. Wir haben hier natürlich die ganzen Hilfsfunktionen zur Verfügung. Das heißt, wir haben hier einmal eine Path-Funktion, die uns zu einer Source eine... Oh, da fällt mir auf, das hier brauchen wir gar nicht, die Source. Wobei wir sie drin lassen, damit wir hier keinen Fehler bekommen. Genau, wir haben einen Path, der berechnet uns quasi für einen Zielknoten so lange den Vorgänger, bis wir irgendwo bei der Wurzel ankommen. Dann haben wir hier eine GetNeighbor-Funktion, Vertices, und wir speichern die Edges als Edge, Start, End, Cost. Ja, das haben wir schon bisher immer so ein bisschen gemacht. Und daran wollen wir jetzt quasi weiterbauen. Das sind, wie gesagt, die Graphen, die hier auch wirklich Kanten mit Gewichten haben. Wir haben auch natürlich hier wieder denselben Graphen reingebastelt, wie wir die ganze Zeit für Dijkstra und so weiter und so fort in den bisherigen Videos verwendet haben. So, das als kleines Vorgeplänkel. Weiter geht's. Ja, wir wollen selbstverständlich hier einen Graphen bauen. Und zwar wird das natürlich auch wieder eine Liste werden an im Endeffekt Kanten. Ja, weil aus diesen Kanten kann ich rauslesen, was es da für Knoten gibt und so weiter und so fort. Da drin wollen wir den MST speichern. Wir können es eigentlich auch mal statt Result MST schreiben und dieses Ding dann, ja, Minimum Spanning Tree nennen. So, den Graphen müssen wir jetzt allerdings erst mal ordnen. Das heißt, was wir machen wollen ist, self.edges wollen wir erst mal sortieren. Und zwar mit sorted, das geht relativ schnell. Das ist ein O von N log N und ja, das ist eigentlich ganz gut. Self.edges und das Ganze wollen wir dann selbstverständlich sortieren mit Lambda. Hei, 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 Lambda. Ähm, I wollen wir abbilden auf, oder I soll, also die Items sollen sortiert werden mit Item von, oder I von 2. Denn I von 2, wie wir hier oben bei den Edges sehen, sind die Kosten. Wir wollen ja natürlich das Ganze nach den Kosten sortieren. Das heißt, wir bekommen die günstigsten und dann die nicht so günstigen und so weiter und so fort. So, das heißt, wir müssen den Graphen erst mal sortieren. Das gehört halt leider mal dazu. Wir können den Graphen theoretisch natürlich auch immer so bauen, dass wir das direkt hier sortieren. Wenn wir es einfügen, haben wir aber so nicht gemacht bisher. Und ist auch, glaube ich, in den meisten Graphen nicht der Standard oder die Standard-Vorgehensweise. Gut, dann brauchen wir wieder einmal das Vorgänger-Array, was wir wieder prevv nennen, weil wir es bisher immer so gemacht haben, v auf none erst mal gematcht, for v in self.vertices. Okay, und ja, damit haben wir quasi die Vorgänger eingespeichert. So, was wir allerdings dieses Mal ein kleines bisschen anders machen ist, wir setzen v auf sich selbst als Vorgänger erst mal. Und das hat den Vorteil, dass wir dadurch sagen können, okay, wir fangen oder wir haben quasi aktuell nur die einzelnen Knoten. Die haben alle keinen Vorgänger. Die sind noch nicht miteinander verknüpft. Und jetzt verknüpfen wir sie nach und nach miteinander. Das bedeutet, jetzt können wir hergehen und sagen, okay, wir fügen jetzt langsam aber sicher Kanten ein. Und dazu gehen wir hierher und brauchen natürlich noch eine kleine Speicher, wobei nennen wir sie E, ups, sorry, das war nicht geplant, nennen wir sie E für die Anzahl an Kanten, Amount, nennen wir sie Amount Edges, dann ist klar, was es ist. Und ja, da speichern wir natürlich am Anfang 0 rein, weil wir am Anfang keine Kanten haben, schon jetzt, also direkt jetzt, weil wir sie quasi noch nicht eingefügt haben, also noch nicht drin in unserem Minimum Spanning Tree haben. So, und jetzt führen wir den Algorithmus aus, solange bis wir genug Kanten haben. Das heißt, while, wir müssen das Ganze mit einer while Schleife machen, weil wir nicht sagen können, wie oft wir da durchlaufen müssen. Im Zweifelsfall müssen wir nämlich die Kante wieder rauslöschen. Das heißt, wir sagen hier, while E kleiner als self oder als len von self.vertices minus 1, solange wir also weniger Kanten haben als, ah, ich habe es nicht mehr E genannt, ne? Okay, solange wir noch nicht genug Kanten drin haben, fügen wir neue Kanten hinzu und ja, die Anzahl an Kanten, die wir brauchen, sind selbstverständlich hier die len von vertices minus 1, das ist das, was ich euch gesagt habe, das ist im Endeffekt n, also die Anzahl an Knoten, minus 1, das hat mir letztes Video geklärt, warum. Gut, und ja, jetzt können wir hier die ganze Zeit Kanten einfügen, falls sie keine Loop erzeugen. Und das heißt, was wir machen ist, wir fügen Kanten ein, und zwar nach ihrem Gewicht. Da wir ja die Kanten schon sortiert haben nach ihrem Gewicht, können wir einfach vorne anfangen in unseren Kanten. Das bedeutet aber auch, wir müssen zählen, bei welcher Kante wir eigentlich gerade sind. Also wir brauchen eine Zählvariable für diese Schleife hier. Und ich mache die mal hierher. Unsere Zählvariable nennen wir wie üblich i und wir fangen selbstverständlich bei 0 an und sagen dann hier, okay, lasst uns rauslesen, u, v und Kosten, also u ist der erste Knoten, v ist der zweite Knoten und c sind die Kosten, die lesen wir aus self.edges von i. Das liefert uns die, in dem Fall erste Kante, vielleicht auch später zweite, dritte und so weiter und so fort. Dann erhöhen wir direkt um 1, damit wir es nachher nicht vergessen, weil ich kenne mich, ich bin vergesslich. Und ja, jetzt können wir schauen, ob wir diese Kante einfügen dürfen. Aber falls sie eine Loop erstellt, also eine Schleife erstellt, dürfen wir die Kante nicht einführen in den Graphen hier. Und das bedeutet, wir müssen hier tatsächlich überprüfen, ob wir gerade eine Loop kreieren würden, also eine Schleife mit dieser UV-Kante hier, egal was die Kosten sind. Die Kosten sind natürlich am Anfang möglichst gering und dann werden sie nachher höher. Aber macht das Ding einen Loop oder nicht? Das ist gar nicht so einfach. Und dazu speichern wir uns eben diesen Nachfolger hier. Ich verschiebe das jetzt mal auf nachher und sage hier unten erst mal, wenn parent u ungleich, ich glaube, dann wird nämlich klarer, was der machen soll, parent v, also wenn die beiden Parents nicht gleich sind, die haben wir noch nicht definiert, das kommt noch, dann erhöhen wir die Anzahl an Kanten um 1, also Amount, Edges plus 1 und anschließend fügen wir die ein, das heißt mst.append und hier packen wir dann die Kante rein und zwar als u,v,c. So. Oh, und selbstverständlich muss das hier reingeschoben werden, das kann ja wohl nicht sein, dass das raushängt. Okay, und jetzt müssen wir allerdings noch irgendwie dafür sorgen, dass die Parents richtig abgedatet werden und das machen wir selbstverständlich wieder mit brev v. Brev v, ähm, jetzt haben wir natürlich das Problem, wir wissen nicht genau, wie das jetzt eigentlich aussieht. Welcher von den beiden Knoten ist bereits in einem Subgrafen drin? Falls ihr euch an letztes Video erinnert, es kann durchaus sein, dass wir hier ein u haben, das schon in irgendeinem Teilbaum drin hängt, es kann aber auch genauso gut bei v sein oder gar bei beiden. Und deswegen müssen wir jetzt hier schauen, wie wir das eigentlich updaten wollen. Denn wir können nicht einfach den Nachfolger von u auf v setzen, vielleicht hat ja u schon einen Nachfolger. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn wir jetzt hier, ähm, sowohl bei u als auch bei v einen Nachfolger haben, also nehmen wir jetzt einfach mal an, u hängt in einem Subtree drin und hat mehrere Parents, dann müssen wir die alle updaten. Während wenn natürlich nur u sein eigenes Parent ist, dann ist das kein Problem. Aber bei v ist das natürlich genauso. Das heißt, es kann sein, dass wir nicht u und v die Parents updaten müssen, sondern eventuell die Parents müssen abgedatet werden von u und v. Das bedeutet, äh, ja, wir müssen hier tatsächlich komische Dinge tun. Und deswegen brauchen wir hier noch eine kleine Hilfsfunktion, die sogenannte Union-Funktion. Das heißt, wir schreiben jetzt hier uns eine Union-Funktion, die macht tatsächlich das, was eine Union auch machen würde. Und, ähm, ja, wir holen uns erstmal Parent. Ähm, wir brauchen ein x und wir brauchen ein y, beziehungsweise man kann hier natürlich auch u und v nehmen. Ganz eure Wahl. So, als allererstes holen wir uns hier die Parents davon. Das bekommen wir hin, x, beziehungsweise eigentlich wollen wir sogar die Wurzel haben. Ähm, ich hab sie u und v genannt, also u root. Die bekommen wir über self. ähm, root. Gut, das kommt noch, die Funktion müssen wir noch implementieren. Und zwar sagen wir hier dann parents. Ah, da fehlt das s. Ups. Ähm, parents, da speichern wir quasi die ganze Zeit die Parents drin. Und dann haben wir hier v root. Und zwar mit self.root über selbstverständlich nicht nur parents, sondern auch u. Und hier parents und v in diese beiden Funktionen rein. So, und was diese root-Funktion jetzt macht, ist, sie findet euer, ähm, eure höchste Wurzel sozusagen. Am Anfang haben wir die ganze Wurzeln hier, also quasi diese pref-v, haben wir auf sich selbst gesetzt. Das heißt, am Anfang geben wir einfach nur den Knoten selbst zurück. Und dann ist es nicht so schlimm, aber später müssen wir natürlich hier die jeweiligen parents davon zurückgeben. Oder die parents von den parents und so weiter und so fort. Und das machen wir mit dev root über parents. Ups. Parents. Und, ähm, dann unser, nennen wir es einfach hier mal v. So, und jetzt sagen wir, okay, wenn du quasi dein eigenes Elternteil bist, das hört sich mega ekelhaft an, aber wenn parents von v gleich v ist, also quasi der Knoten auf sich selbst wieder verweist, dann geben wir nur den Knoten zurück. Ansonsten geben wir self.root zurück. Und zwar auch wieder die parents, also das sind quasi die ganzen Elternteile gespeichert, und parents von v. Das heißt, wir suchen quasi von dem Elternteil jetzt das Elternteil. Und wir machen das so lange, bis ein Knoten auf sich selbst verweist, sprich, der hat noch kein Elternteil gesetzt. Und den aktualisieren wir jetzt. Das heißt, wir holen uns quasi das Elternteil bis hin zu dem Elternteil, das keins mehr hat. Und das verändern wir dann. Und das machen wir hier unten. Denn dann können wir hier einfach sagen, okay, wir setzen das Elternteil, also parents, von, ähm, u root, ja, u root, setzen wir auf v root. Und damit haben wir quasi das Elternteil jetzt neu gesetzt, zumindest von einem von den beiden. Das andere muss ich ja nicht neu gesetzt bekommen, das ist ja völlig in Ordnung. So, und wenn wir jetzt das hier aktualisieren wollen, naja, was müssen wir denn dann machen? Wir brauchen selbstverständlich die Union-Funktion, self.union, und zwar mit den brev v, mit den Vorgängern quasi drin, und mit u und v. So, das passiert also, wenn wir die einfügen. Jetzt noch zu dem einzigen Problem, was wir jetzt noch haben. Wir müssen noch überprüfen, ob das Ding vielleicht eine Schleife hervorruft. Also jetzt können wir es einfügen und ich glaube, jetzt ist relativ klar, was gemacht werden musste. Durch dieses Einfügen haben wir nämlich hier diese Union und die tolle root-Funktion hier gefunden. Und was wir jetzt einfach machen ist, wir überprüfen, ob die beiden Roots dieselben sind. Das heißt, wir überprüfen, hey, ist vielleicht hier drin, ist denn vielleicht parent von u gleich self.root von brev v und u. Und das Zweite, was wir überprüfen, ist selbstverständlich, ist denn parent v, das Elternteil von v, ist das vielleicht dasselbe wie das von u. Wenn die beiden nicht dieselben sind, dann fügen wir das Ding ein, also in unseren Code oder in unsere Liste im MST fügen wir das ein, erhöhen die Anzahl an Kanten, fügen die parents soweit zusammen und falls die gleich sind, dann haben wir eine Loop, dann müssen wir das Ganze natürlich lassen. Und am Ende machen wir einfach folgendes, wir geben return mst zurück. Und der mst ist jetzt genau das, was wir berechnen wollen, den printen wir uns hier mal aus, und zwar sagen wir graph.ms, äh, graph.grußkal was, genau. So, wenn wir das jetzt ausführen, dann bekommen wir folgende Ausgabe hier und die wollen wir mal ganz kurz ein bisschen genauer angucken. Ich mach das hier jetzt mal so, dass wir das auch sehen können. Zumindest einigermaßen. Bitte. Ja, genau so. Wunderbar. Also wir haben jetzt als, ähm, Minimum Spanning Tree, haben wir die Kante CE. Das ist die hier nach unten. Ich markiere die jetzt mal mit diesem Stift. Sorry, wenn es gerade ein bisschen billig ist, aber ich will das direkt mit euch im Code machen. Das ist die Kante, die wir als erstes eingefügt haben. Gut, okay. Ich mein, letztes Mal hatten wir die Kante hier als erstes eingefügt, aber die ist direkt hier als zweites. Anschließend kommt die Kante A, B. Das ist die zweite Kante. Dann haben wir die Kante D, E als dritte, äh, als vierte Kante. Dann haben wir die nächste Kante mit Gewicht 2. Das ist C, G. Das ist diese Kante hier. Dann haben wir die Kante F, I. Äh, lasst mich gucken. F, I ist diese Kante hier, auch ein Zweiergewicht. Dann haben wir G, H. G, H hat ein Dreiergewicht. Auch diese Kante hatten wir das letzte Mal. Dann fügen wir hinzu, Sekunde. Dann fügen wir hinzu A, C mit einem Vierergewicht. Das ist diese Kante hier. Und ihr seht, man hätte genauso gut diese Kante hier wählen können mit B, D. Dann hätten wir auch keine Loop gehabt. Dann hätten wir halt A, B, D, E, C, G und so weiter und so fort machen müssen. Was durchaus möglich wäre. Aber in unserem Fall haben wir jetzt hier per Zufall mehr oder weniger A, C entschieden. Weil wahrscheinlich A, C einfach in der Sortierung weiter vorne war. Obwohl wir nach den Gewichten sortiert haben. Ist einfach per Zufall entstanden. Ja, da gibt es mehrere Lösungen für Minimum Spanning Trees. Und als letztes haben wir hier noch die Kante H, J eingefügt. Und das ist genau das Ergebnis, was wir letztes Mal uns auch selbst überlegt haben. Falls ihr euch erinnert an letztes Video hier, wo wir Cruise-Kile quasi veranschaulicht haben. Ja, und so funktioniert Cruise-Kile quasi im Detail. Das heißt, ihr habt jetzt hier tatsächlich Code, wie der Cruise-Kile funktioniert. Da muss man natürlich noch ein paar kleinere Dinge betrachten. Wie zum Beispiel, wie merke ich mir eigentlich, ob es überhaupt eine Schleife gibt oder sowas. Und ja, das ist relativ interessant. Gut, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Probiert das Ganze auch gerne mal selber aus. Probiert mal einen anderen Graphen hier auch aus. Und schaut mal, wie das mit anderen Graphen auch zustande kommt. Vielleicht habt ihr ja sogar noch ein oder zwei Optimierungsideen. Denn es gibt noch etwas, was man mit die Union machen kann. Um es noch ein bisschen effizienter und schneller zu machen. Aber ja, das ist im Endeffekt nicht wirklich relevant für uns jetzt hier gewesen. Und dementsprechend bedanke ich mich, dass ihr so lange dabei wart. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.